10.000? Oh mein Gott, Ebro. Was denn? Hey, meine Rauhbocken, es ist wieder an der Zeit, uns auf Platz Nummer 1 zu spielen. Was heißt wieder? Wir haben es eh noch nie geschafft. Da hinten sehen wir die Ranglisten. Das Spiel ist sehr, sehr neu. Und ich sag euch ganz ehrlich, die Vorteile, die man hier kaufen konnte, waren sehr, sehr billig. Deswegen habe ich full geshoppt. Ich bin gespannt, ob uns das vielleicht hier gelingt. Also die Beträge sind nicht allzu hoch. Wir müssen mal gucken. Mit dabei, Ebro. Hallo. Ich finde, das ist teuer. Also die Dimension. Ich habe einen rostigen Magneten. Und der sammelt jetzt hier diese Energie. Ah, okay, nee. Also wir können diese... Ah, okay, wir brauchen die Magneten, um diese Batterien einzusammeln. Okay. Ey, klauen wir nicht die Batterien. Die goldenen. Mein Rucksack ist voll. Okay. Wir verkaufen. Alles klar. Und jetzt können wir in den Magnetshop gehen. Aber wir kaufen uns natürlich erstmal... Boots können wir uns kaufen. Dann bist du schneller. Ah, okay, du kannst dir Boots, dann bist du schneller. Dann kannst du dir... Magnet, da kriegst du wahrscheinlich mehr Multiplikator und mehr Kraft und so, ne? Und Backpack ist natürlich die wichtige Nummer, die wir uns aber hier an der Stelle auch nicht leisten können. Weil der kostet 60 Ocken. Aber ich kann mir hier diesen Boots tun und dann werde ich 60... Tausend! Ja. Da springen wir mal ein paar, ne? 800, Alter. Ja, 800 Kapazität. Ja, ne. Schmeckt, Alter. Schmeckt. So. Na, ich hätte mehr Haustiere... Nee, Rucksack ist am wichtigsten. Pass. Immer schön die goldenen Dinge einsammeln. So, bei 5000 kann man sich die nächste Dimension holen. 50 und 500.000. Und da hinten gibt es nochmal eine andere. 5 Millionen, wenn ich richtig erkenne. Aber man kann schon rein duschern. Ah, da gibt es grüne. Ah, da sind die goldenen, die normalen und dann gibt es grüne. Ah, man sollte echt schnell darauf sparen. Also die Pets sind echt... Alter, was hast du für ein Pet? Einmal Pharaon. Oha, Alter. Und dann einmal Dog. Guck mal, was mich irritiert, Ben. Bei dem Pharao steht Moneyboost 1, ne? Also mal 1. Also das heißt wahrscheinlich dann verdoppelt, vermute ich jetzt mal. Nee, kriege ich nicht. Kriege ich nicht mal. Das heißt wirklich mal 1? Ja. Ach so, nichts? Bei dem Hund... Kann der im Level steigen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Bei dem Hund steht Moneyboost mal 0. Sicher, dass du kein Moneyboost kriegst? Ja. Sicher? Für den vollen Rucksack 300 Platz kriege ich 300 Geld. Also 300 Coins. Können die im Level steigen vielleicht? Nee, da steht gar kein Level dran. Dann ist das ziemlich scheiße, sage ich mal. Warte mal, welche hast du denn bekommen? Index, Pharao. Oha, der ist sogar lila. Das ist von dem 5000er-Ei. Oha, gar nicht so schlecht sogar. Okay, das heißt, das scheint Buggy zu sein. Wir müssen uns auf jeden Fall direkt... Das ist gut, dass wir es jetzt wissen. Das heißt, wir sparen direkt auf Bessere. Okay, wir kaufen uns hier Range 8. Aber es gibt keinen Boost-Multiplier, aber Range 8. Aber die Pets geben auch Battery Boost. Ah. Das ist eigentlich auch ziemlich nice. Also das mit dem Geld ist ja ziemlich unnötig. Aber dieser Hund gibt mal 1,4 und Pharao gibt mal 2. Range 8 ist ja malz. Ja. Boah. Schon ziemlich nice. Wie viel kriegst du für eine Batterie hier? Diese Billo-Batterie? Also eins. Ich kriege eine Batterie. Eigentlich. Ich kriege vier. Also ich kriege zwei, weil ich doppelt Boost habe. Aber normalerweise... Ja, ich kriege vier. Ohne Double Boost. Und sich ja mega, Alter. Letzt du gehauen. Die großen kriegen 8. Wie teuer sind die? 5. 5. Das ist ja abnormal teuer. Woher kann ich mir ein 100 Jahr nicht leisten? 800? 10.000? Oh mein Gott, Evo. Was denn? Ja, ich habe doch Double Coin Boost. Ja. Und ich habe mir gerade 5.000 Coins gekauft. Und das wurde dann auch durch den Double Coin Boost. Jetzt habe ich 10.000. Oh, nice. Du kannst dir ein Ei und die Dimension holen. Oder schon mit zwei Eier. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde Ei und Dimension holen. Ich gucke, was ich rauskriege. Pharao. Ein Geist. Hä? Und? Was ist das? Mumie. 1,7 Batterie Boost. 0 Money Boost. Das ist schon heftig. Ich tendiere eher dazu, mir noch ein Pad zu kaufen. Ja. Nee, oder Dimension. Ich vermute, dass die Batterien in der Dimension heftig sein werden. Ja, ja, klar. Da ist die Gelbe, kann ich genau sagen. Dann ist die Gelbe halt die normale. Ja. Und dann gibt es noch eine Grüne. Ich würde die Dimension holen. Ja, okay. Ich hole mir Dimension. Wir vertrauen ihr, Bro. Da gibt es wahrscheinlich auch ein besseres Pad oder so. Wobei, so viele Pads gibt es gar nicht hier. Ja. Okay, wir kaufen uns. 5 Eier. Kaufen uns die Wüste. Let's go. Und? 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 Wie ist es so, in der Wüste zu sein? Es ist... Ja, gibt es halt nur bessere... Alter, hä? Die Gelben geben auch mehr, glaube ich. Ja? Ja, aber ich habe gerade plus 10 gekriegt in der anderen. Jetzt kriege ich plus 16 mit dem Gelben und plus 27 mit dem Grün. Okay, das ist schon heftig. Boah, die sind heftig. Aber du hast ja dein Pad jetzt. Ja, aber ich habe leider keinen Money Multiplayer. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel mehr... Ja, aber ernsthaft, Money Multiplayer bringt gar nichts. Ja, gerade hast du doch gesagt, bringt was. Ich dachte, aber ich hatte anscheinend Geld gespart. Ähm, 300. 300 Batterien geben 300 Coins bei mir. Ja, gut. Ne, okay. Mein Rucksack ist voll. Wir geben verkauft. Die Scherben 2400. So, ich würde mir sagen, hier, den will ich mir kaufen. Der hat nämlich... Ach nee, der hat ja Boost auch nur eins. Ach, ab hier gibt es Boost zwei. Ab dem. Für 35.000. Ja, moin. Dann würde ich sagen, Schuhe. Du kannst immer springen. Das ist nice. Ich würde sagen, Schuhe. Oder Pads. Naja, Schuhe... Ja, okay, du sammelt dann schneller ein, weil du schneller rennst. Aber ich weiß nicht, ob die Schuhe an sich... Man, ist wirklich nicht viel schneller. Ja. Ich hole mir Pads, glaube ich. Weil für 2, 4... Dann gehe ich nochmal. Und dann habe ich... Da habe ich 5. Und dann hole ich mir nochmal ein 5er-Pad. Nice. Keiner hat Schuhe, Alter. Alle haben diese Gras-Boots, ey. Ja. Kacke, Alter. Let's go. 5000. Zweites Ei. Oh nein, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Mal 1,6. Boah. Ist aber... Ist aber schon von... Ich glaube schon, dass sich die Low-Eier auch lohnen. Ja, das Ding ist, beim 1. Ei kannst du schon etwas ziehen für 1,4. Safe lohnt sich das, oder? Und wenn du da 1,6 ziehst, dann... Weil guck mal, 800 kostet der Graf mal. Da müsste ich gerade mal 400 Batterien verkaufen. Das ist ja quasi nix. Ja, lass auf das 9000er sparen. Dann haben wir 30.000. Das schmeckt schon. Das haben wir 30 Mal so viel Kapazität im Rucksack. Wie eine Katze bekommen. Eine Katze? Aus welchem jetzt? Aus dem 5000er. Ah ja. Das ist schlecht. Wahrscheinlich gibt es Moneyboost erst ab dem 35.000er. Ja. Wenn wir den Rucksack jetzt voll haben, dann kriegen wir nochmal... Dick Geld, ne? Kriegen wir... Naja, 2000. Wenn ich kein Moneyboost kriege, müsste ich doch eigentlich genau 2000 kriegen. Und mit den 2000 haben wir 7,8. Dann haben wir immer noch nicht genug für den Rucksack, weil er 9000 kostet. 8600, genau. Man kriegt kein Moneyboost, weil die halt zu schlecht sind, denke ich. Aber was hast du gekriegt? Ich habe mir gerade für 25 Robux 500 Coins bekommen. Ich habe jetzt 37.000 auf dem Konto, wo ich immer 10.000 ausgegeben habe. Das ist dieser komische Bug, dass du immer 37.000, auch immer wieder auf 37.000 gehst, ne? Warte, ich habe 37.000, ich kaufe mir jetzt 500 Coins. Also ich habe 37.900. Okay, 37.900. 48.900. Ich habe 11.000 bekommen, glaube ich. Ja, Alter, hä? Ich habe jetzt einen 30.000er Rucksack. Oh. Ich hole mir das 35.000, äh... Ich hole mir safe jetzt neue Boots, Alter. Man ist so lahm, man muss immer hin und zurück und hin und zurück. Sobald du eine neue Dimension hast, brauchst du halt auch bessere Boots, weil du einfach so lahmarschig läufst. Leute, wir haben leider nicht das Glück, dass die Bugs uns hier unterstützen. Deswegen hoffe ich, dass wir zumindest ein gutes 35.000er rauskriegen. Wo sehe ich denn überhaupt, dass es für eine Seltenheit das hat? Äh, das... Wenn du auf deinem Pad-Inventar gehst und draufdrückst, auf den, dann steht da unter dem Batterieboot... ...Kommen. Der hat nicht mal einen Moneyboot. Was? Als ob es da Kommen gibt. Als ob ich so einen Müll da jetzt rausgekriegt habe. Oh, nein. Oh, 35.000, Alter. Das war so teuer. Oh. Ich hätte lieber die Boots mir kaufen sollen. Ich laufe ja so lahmarschig, Mann. Wenn ich richtig gerechnet habe, genau, können wir uns jetzt nämlich die Finale... Äh, nein. Die zweite Dimension leisten. Die Finale können wir uns leider nicht leisten. Ähm, und Evo meinte, die geht heftig ab. Ja. Also bei mir ging es da ultra ab. Weil ich brauche schon wirklich lange, meinen Rucksack voll zu machen. Also wirklich mehrere Minuten. Ehrlich? Da brauche ich, weiß ich nicht, nicht mal eine Minute. Ah, jetzt hat man hier so... Oha, Alter. Hä? Zehn mal so viel gibt das. Hä? Beste Investition meines Lebens. Hä, Alter. Das ist ja abhemmend. Oh ja, moin. Ich kriege jetzt wirklich für 30.000 Batterien... Ich habe jetzt den Kaufpreis schon wieder rein. Jetzt schon wieder rein. Ja, nice. 67.000. Ja, okay. Ich kaufe mir jetzt den mal zwei Multiplier hier. Ich brauche Boots. Ich brauche jedenfalls Boots. Ja, ich kaufe mir den. Jetzt haben wir mal zwei. Sehr schön. Das macht vielleicht auch einen besseren. Oh, jetzt bin ich schnell. Wo bist du? Guck mal. Ja, nee, die Boots kann ich mir keine Ordnungen leisten. Ja, du bist übel schnell. Ich sehe das, Alter. Guck mal. So, vielleicht... Hier, den 75.000er können wir uns kaufen. Zack. Nice. Haben wir ein bisschen... Mal, lass mal Wettrennen machen. Das ist gar nicht bei mir. So. Jetzt habe ich auch eine größere Range, Alter. Komm mal. Komm mal. Ja, ich habe schon was da, ey. Wenn du ja... Hab schon was da. Ey! Wow, was hast du denn für Bauarbeiter, Alter? Ja. Dass man jedes Mal gefragt hat... Oh, Alter. Alter, ich kriege ja 1.700 für einen so eine goldene Dings. Ja, das ist so heftig. Hä? Man verdient ja... Das ist ja übel heftig. Wenn ich jetzt auch Geld-Multiplier hätte, wäre es halt abnormal. Den habe ich aber leider nicht. Aber wir können den uns jetzt holen, denn ich habe 155.000... Ne, 175.000 kostet das Ei, ne? Äh, 175.000, ja. Das Bauarbeiter... Okay, das holen wir uns jetzt, Leute. Das ist das vorletzte Ei. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel. Noch 20.000. Das heißt... Ja, das ist wirklich im Vergleich zu der Dimension. Ja, vielleicht macht sogar Boots mehr Sinn oder Rucksack als ein Haustier, weil du bist ja wirklich... Die Hauptbeschäftigung ist es, einfach hin und her zu latschen. Ja, außer du bekommst wirklich ein Pad, was dein Moneyboostet. Ja, eben. Moneyboostet ist heftig. Ich kriege jetzt wirklich... Ich kriege für 30.000... 102.000 Coins. Wow. Aber du hast mehrere, die ein Moneyboosten, ne? Äh, ich habe zwei, die Moneyboosten. Okay. Also, ich weiß nicht, ob die anderen boosten oder nicht, aber... So, drück mir die Daumen. Ich brauche einen Moneyboost jetzt. Ich drücke mir die Daumen. Drück einen Moneyboost raus. Ich glaube, das ist der, den du hast. Checkman. Kommen. Ja, okay. 1,2. Achso. Das ist ja, das den habe ich auch. 0, 1, 3. Das hier. Boom, boom. Boom, boom, boom. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Moneyboost. Und wir können uns direkt auch bessere Bootletten kaufen. Und müssen schneller hier latschen, weil wir immer da bis dahin latschen, noch ewig. Äh... Nice, wir können uns die hier kaufen. Welche hast du? Diese Fireboots schon? Die braun? Äh... Braune mit... 2 und 1, dafür. 240.000. Ja. Okay. Ich glaube, das soll der Simulator sein, wo Ebro gewinnt. Ja. Oh, der Witz, Alter. Ich habe gerade 140.000 Batterien im Rucksack. 160.000. Das ist mehr, als ich Platz habe. Ja, ich habe 175.000. Ich verkaufe und bekomme... Halbe Million, Alter. Ja, ich habe 600.000 gerade auf dem Konto. Ähm... Ach nee, eine Million, verdammt. Eine Million, ja, 300.000. Ja, okay, passt auf. Dann holen wir den. Das passt eh. Vielleicht dann nochmal besseren... Nee, oder? Besseren Multiplayer? Wie sieht es aus? Mal drei? Hm. Ab hier gibt es mal drei. 5,5 Millionen. Okay, das heißt, das lohnt sich erstmal noch nicht an der Stelle. Ich spare auf das teuerste Ei, glaube ich. Oh, bin drin? Nee, ich hole nochmal einen so ein. Ich hole nochmal einen so ein. Sag, wie viel kriegst du pro Dings? Äh... Ich habe einen besseren. Ah, hey, da sind drei verschiedene, glaube ich. Nee, auch kommen aus der Völlige Farge. Aber das musst du dir selbst angucken. Das ist heftig. Glaube ich, Alter. Okay. Zack, zack. Meine Pads werden besser. Ich kriege jetzt schon... Naja, Geld Multiplayer ungefähr mal zwei. Wenn ich jetzt mal zwei kriege, kriege ich dann jetzt mal vier. Ja, mal vier müsste ich ja kriegen. Das heißt, ich müsste für einen Rucksack irgendwie 600... Ich müsste jetzt knapp eine Million... Nicht ganz eine Million haben, wenn ich abgebe. Lass mal testen, Alter, wenn das alles so hindert. Ich verdiene auch eine Million in einer Sekunde. Okay, Sekunde ist übertrieben, aber in 30 Sekunden. Und Rucksack ist voll. Jetzt, wir checken aus. Zwei Millionen? Was? Hey, das haut ja vorne und hinten nicht hin, Alter. Aber ich sag nicht nein. Wir kaufen das teuerste Ei, Alter. Abfahrt. Nice. Oh, der sieht heftig aus, Alter. Was kann der? Kommen, ich kriege nur Müll. Moneyboost 2,1, Batterieboost 3. Moneyboost 2,1, das ist schon ein heftiger Sprung. Ohne Witz. Ey, ich muss ja ohne Witz jetzt... Sechs oder sieben Millionen kriegen oder so. Ich habe einen Fünfer-Multiplier, ja. Ich weiß nicht, welchen Multiplier ich habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich gerade schon um die zwei, drei Millionen bekommen habe. Jetzt größeren Rucksack habe. Plus nochmal ein OP-Pad mehr. Ja. Und wir verkaufen. Sechs Millionen. Oh, Alter. Ab in die letzte Dimension. Abfahrt. Hey, wir können ohne Witz. Ich glaube, ich kann richtig hoch in der Rang, bis zu kommen. Ach so, die sind auch alle so heftig, ne? Ne, glaube ich nicht. Die war nicht so heftig eigentlich. Ah, den Rucksack kriegt man hier innerhalb... Das ist ja wieder ungefähr mal 10 ist das immer, ne? Die Dimension. Wieder 8 Millionen. So schnell. Ich habe in einer Art von 20 Sekunden wieder das Geld reingeholt. Ich könnte halt jetzt reberfen für 10 Millionen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das ist ehrlich gesagt. Ne, würde ich echt nicht machen. Äh, wir beginnen mit den besten Boots. So, ich habe die besten Boots im Spiel. Let's go. Muss mir halt full dieses beste Pad auch kaufen, ne? Ja. Sagen wir sammeln jetzt nochmal den Rucksack voll. Holen uns dann nochmal irgendwie 3, 4 Mal das Pad. Und dann scheppert es aber richtig, glaube ich. So, wie viel hatte ich gerade bekommen? Sechs Millionen. Ich habe sechs Millionen bekommen, okay? Wir schauen mal, was wir jetzt kriegen. Bin sehr gespannt. So, Rucksack müsste innerhalb von einem Bruchteil einer Minute hier voll sein. Und Rucksack ist voll. Und wir kriegen. Und? Ich habe es nicht genau gesehen, aber es müssen 14 oder 15 Millionen gewesen sein. Boah, Alter. Nice. Okay, wir kaufen uns den besten Rucksack. Ah, nee, der ist sehr teuer. Den kaufen wir uns. 1,8 Millionen Storage. Der wird, glaube ich, jetzt nicht mehr so schnell voll. Ist das die beste? Wir haben eine Dimension übersprungen, ne? Ehrlich? Ja, für 500k. Die habe ich übersprungen. Ach so, ich nicht. Überhaupt übersprungen. Boah, Alter. Ich gehe in den Magnetshop. Das kriege ich für 61 Millionen. Ah, den hier. Ist der mit Multiplier am höchsten? Ne, es gibt noch den Fünfer. Für 1,3b. Okay, ist ja ein megaer Sprung. Ja, oh. Dann kaufe ich den, aber ich... Her hatte ich noch... Ich hatte ja noch den Einser, nicht den Zweier, oder? Alter, die Range gefällt mir schon ein bisschen mehr. Auch wenn der ziemlich billow aussieht. Aber die Range hier ist halt jetzt... Ja, die sind auf jeden Fall mehr mein Geschmack. Und dann ist der Rucksack ja auch viel schneller voll. Klar war ich ja jetzt auch im fetten... Alter, ich habe die Dimension leergeräumt. Und Rucksack ist voll. Und wieder 60 Millionen verdient. Ey, ich glaube, ich kann ohne Witz hoch auf die Rangliste kommen. Oha, es gibt noch zwei, die krasser sind als das Rentier. Es gibt noch einen Legendary und noch einen anderen. Oh, ich will dieses Legendary. Das gibt wahrscheinlich... Man, die boost einfach mal 400 oder so. Hä, ich habe es gekriegt. Ne, Spaß, aber Rentier. Wie du es mir aber sofort abgekauft hast. Warum verarschst du mich? Hä, gut, ich habe so ein anderes jetzt bekommen, was auch häufig ist. Aber komischer Buggy-mäßig vorher nie gekriegt habe. Ja, Katze-Hund gibt es da. Ja, ja, genau. Ich habe die Katze jetzt. So, wir sind voll mit Rentier... Hä, doch nicht, Alter. Ich habe voll... Ah, doch, 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 doch. Ich dachte schon. Acht Rentier. Man sieht, wie viel Kohle wäre jetzt scheppern. Oh, jetzt müsste ja mein Rucksack auch noch voll schneller voller werden. Weil ich habe ja jetzt auch mehr Batterien. Ich kriege ja nicht noch mehr Geld, auch mehr Batterien. Stimmt. Mann, die spawnen ich schnell genug in der Dimension, dass ich die einsammeln könnte. Und go. Hey, das war ja gerade mal 66 Millionen jetzt. Das ging ja... Also, weiß ich nicht. Hä, oder war das mehr? Nee, das war mehr, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt mehr hofft eigentlich. Das heißt, jetzt... Also, man kann auch den Fünfer-Boost kaufen für 1,3b. Das ist aber wirklich unrealistisch viel. Das heißt, den kaufen wir uns eher nicht. Boots haben wir schon das Beste. Das heißt, jetzt ist eigentlich eher noch der Rucksack am Stissel. Da haben wir hier... Wir haben jetzt 1,8 Millionen. Das ist der. Upgraden wir jetzt auf 7,2 Millionen. Ja, aber viel mehr kann ich mir jetzt ja auch nicht kaufen. Warte, lass mal gucken, wie krass diese Rebirth-Dinger hier sind. Ja, die geben halt direkt mal... Boah, Alter. Was denn? Mal 30 gibt es hier. Was? Für 65.000 Rebirth-Tokens. Okay, das ist aber auch heftig. Neuer Geldrekord. Ich habe 300 Millionen? Auf dem Kondo? Ich habe 600 Millionen? Weil ich gerade verkauft habe. Okay, lass mal gucken. Top Money. Ja. Wir wollen jetzt eine Million auf dem Kondo. Die haben halt schon sehr viel. Die haben 7b. Braucht 7b für die Rangliste. Ich habe jetzt 0,6b. Kann ich noch irgendwie was verbessern? Ich habe Rebirth-Bin. Ja, aber da kriegt man doch nur Tokens, ne? Ja, das war ein Fehler, glaube ich. Oh, ne, wenn du mal kriegst, dann kriegt man 10 Tokens oder so, ne? Voll in der Arsch. Ja, okay, ich habe ja... Das bringt mir nichts. Ich habe beste Schuhe. Ich habe besten Multiplier. Vielleicht einen Rucksack noch einen besseren. Das bringt mir vom Zipat natürlich aber auch nicht so viel. Space-Rucksack. Ja, ich meine, warum nicht? Wir haben einen Space-Rucksack, Alter. Hey. Ja, okay. Vom Zipat bräuchte ich jetzt noch die besseren Pets eigentlich. Weißt du, diese Legendary Pets. Aber ich habe ja schon 50 Eier gezogen, Alter. Ich habe ja nicht eine rausbekommen. Ich habe einen Rucksack voll mit 28,8 Millionen Batterien. Was? Oh, Gott. Eine Billi... Also eine Milliarde habe ich gekriegt. Boah, Alter. Mit einem Rucksack. Ja, moin. GG. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Simulatoren in Roblox sehen wollt. Abonniert meinen Kanal auch kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzern. Tschüss. Tschüss.